Wir haben nach 3 Uhr gepokert und es waren einige Wichtige. Was hat verloren? 10 Euro für die Uhr. Wir spielen noch fest den Einsatz. 10 Euro für die Pokerkasse und 10 Euro für den Mariener. Ja. Hast du nichts bei heute? Ich kann nur zuschauen. Kaputt. Kaputt? Kaputt geflogen.